Heute ist Freitag und eigentlich Zeit für die Sendung Hoffnung um 12, aber wir sind heute in Hamburg. Ja, wenn du in der Nähe bist, buche dir noch ein kostenloses Ticket über unsere Webseite und komm zu uns heute Abend nach Hamburg. Oder wenn du in der Nähe bist von Essen, komm nach Essen und wir beten auch gerne persönlich für dich. Bis dann, der Herr segne dich und wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Wir freuen uns auf dich. Tschüss. Schau doch mal vorbei. Schau doch mal vorbei.